Hallo in die Runde und herzlich willkommen zum Tutorial Job, Praktikum und Abschlussarbeit strategisch wählen, suchen und finden. Das ist Teil 1 der Reihe Wege in den Beruf aus dem Career Service der FH Münster. Schön, dass Sie dabei sind. Und das hier ist unsere Agenda. Der erste Teil zeigt Ihnen, wie Sie vom Berufsziel her denken können und die nächsten Schritte zu Ihrem Ziel hin strategisch wählen. Beides wird Ihnen nützlich sein in der Stellensuche und später auch in einer Bewerbung. Dann geht es darum, wie Sie für Ihren Job, Ihr Praktikum oder Ihre Abschlussarbeit eine passende Stelle suchen und finden. Denn dann bauen Sie Ihren Weg zum Beruf selbst auf. Legen wir also los mit dem ersten Thema. Vom Ziel her denken und die Schritte strategisch wählen. Hier sehen Sie ein einfaches Schema. Links steht das Studium. Dann geht der Weg nach rechts weiter. Die meisten von Ihnen werden ein Praktikum oder eine Praxisphase machen und Sie alle werden eine Abschlussarbeit schreiben vor dem Berufseinstieg. Die Schritte bauen aufeinander auf. Das ist ein ganz klassischer Verlauf. Das kann individuell natürlich etwas anders aussehen. Das Ziel kann schon ein klares Berufsbild sein. Es kann aber auch ein Thema sein, dem Sie sich gern widmen möchten im Beruf oder auch einfach eine Idee. Ich spreche hier allgemein für dies alles vom Berufseinstieg. Wenn Sie Ihr Thema oder Ihr Ziel kennen, können Sie konkret darauf zusteuern. Das heißt, Sie können sich kontinuierlich damit beschäftigen in allen Schritten auf Ihrem Weg. Im Studium, im Praktikum, in der Abschlussarbeit und auch in vielen weiteren Stationen. Wenn Sie vom Ziel her denken, überlegen Sie sich mal, welche Qualifikationen brauchen Sie eigentlich für Ihren Berufseinstieg und in welchen Positionen können Sie das alles lernen. Wenn Sie herausfinden möchten, was Sie beim Berufseinstieg können sollten, ist mein Tipp, dass Sie zum Beispiel einfach Stellenanzeigen aus Ihrer Zielrichtung querlesen. Außerdem ist es sehr hilfreich, wenn Sie Leute einfach mal fragen, die so einen Job machen, wie Sie ihn sich auch gut vorstellen könnten. Das geht zum Beispiel auf Messen, an den Ständen oder bei Betriebsbesuchen oder Tagen der offenen Tür oder bei Veranstaltungen und so weiter. Daran schließt sich die Überlegung an, wo können Sie die Qualifikationen schrittweise aufbauen. Jetzt können Sie nämlich herunterbrechen, welche Zwischenschritte Sie brauchen und was jeweils vorher geschehen muss. Wie sollten die einzelnen Stationen konkret aussehen und welche Gelegenheiten bieten sich dafür überhaupt an? Das sind zum Beispiel diese hier. Zum Beispiel können Sie im Studium Ihre Module passend wählen oder zusätzliche belegen. Sie können Projekte machen und Studien arbeiten, auch Freiwillige. Sie können auch ins Ausland gehen für ein Semester, für ein Praktikum oder für das Studium oder mehr oder weniger privat. Sie können auch mehrere und freiwillige Praktika machen, einen Nebenjob oder ein Ehrenamt wählen oder ein Hobby pflegen, das fachlich passt. Sie können das Thema Ihrer Abschlussarbeit so auswählen, dass es wertvoll ist für eine Bewerbung und für einen Job später. Das ist übrigens ein Punkt, den viele nicht so wahrnehmen, dass Sie selbst das Thema so gezielt wählen, dass es Sie für den Job qualifiziert. Und zum Beispiel zwischen Bachelor- und Masterstudium oder auch zwischen Abschluss- und Berufseinstieg können Sie ein Gap Year einlegen und in der Zeit einen passenden Job suchen, ein Trainee-Programm machen oder sich anders weiterbilden oder auf Reisen gehen, Work and Travel machen und Sprachen lernen und so weiter. Wichtig ist, dass Sie sich darüber bewusst sind. Sie wählen Ihre Schritte und damit steuern Sie Ihren Weg selbst. Sie sind nicht der Spielball unkontrollierter Kräfte. Wenn Sie diese Möglichkeit annehmen, wird es für Sie viel einfacher werden, nach passenden Stellen zu suchen und die Bewerbung gut aufzubauen. Denn wenn Sie so vorgehen oder so ähnlich vorgegangen sind auf Ihrem bisherigen Weg, dann ist die Stelle immer der logische nächste Schritt und dann ist auch Ihre Bewerbung nachvollziehbar für den Adressaten. So entsteht nämlich der berühmte rote Faden. Das heißt, Sie zeigen eine kontinuierliche Entwicklung. Und so können Sie also erstens überlegen, was Sie wo als nächstes lernen möchten und zweitens können Sie die Suchbegriffe für Ihre Stellensuche präzise definieren. Mein Tipp für die Stellensuche ist außerdem, setzen Sie mal nicht oder nicht nur Jobtitel ein, sondern Tätigkeiten und Keywords. Das heißt zum Beispiel bei Ingenieuren, dass Sie nicht nach Projektleiter suchen, sondern nach einer Tätigkeit wie Kontrolle Bauausführung oder Unterstützung Projektteam. Dazu können Sie dann ein fachliches Keyword kombinieren oder Ihr Studienfach, Ihre Branche oder ähnliches. Das war Teil 1 unserer Agenda. Als nächstes gucken wir uns an, wo Sie passende Stellen finden können. Wir sehen uns jetzt ein paar Quellen für die Stellensuche an und kommen dann zu Messen, dem Netzwerken und zum Thema Initiativbewerbung. An der FH gibt es einen eigenen Stellenmarkt. Den erreichen Sie über einen Link auf der Website des Career Service. Das ist die Kachel links auf der Folie. Der Link führt dann zu der Liste rechts. Es gibt einmal einen externen Stellenmarkt. In der Liste ist das der oberste Link und es gibt die schwarzen Bretter der Fachbereiche darunter. Und es gibt auch noch analoge schwarze Bretter auf den Fluren in ihren Fachbereichen. In diesen Stellenmärkten schreiben Unternehmen ihre Angebote aus. Und zwar vor allem Praktika und Abschlussarbeiten oder Stellen für Absolventen, also Stellen ohne Berufserfahrung. Und teilweise suchen die Unternehmen auch gezielt nach FH-Studierenden. In diesen Stellenmärkten finden Sie auch nicht nur regionale Angebote. Wir bekommen fast jeden Tag Anzeigen aus der ganzen Republik. Das schwankt nur etwas je nach Saison. Mein Tipp ist also, gucken Sie zuerst hier. Vielleicht finden Sie sehr schnell etwas Passendes und ersparen sich das Suchen im Netz. Hier sehen Sie links einen Kasten mit branchenspezifischen Jobportalen. Das ist nur eine ganz grobe Auswahl. Die steht nur ausschnitthaft für die Fächergruppen an der FH. Grob also das Sozialwesen, die Ingenieursberufe, kreative Jobs, Pflege, Architektur und Wirtschaft. Es gibt noch viel mehr, die Sie einfach im Netz finden. Rechts im Kasten stehen wieder beispielhaft Branchen und Berufsverbände. Jede Branche hat einen oder mehrere Verbände. Sie bieten Infos, Beratung und teils Jobportale. Meistens können Sie schon im Studium Mitglied werden, für wenig Geld und das gesamte Angebot nutzen. Das kann sehr hilfreich sein. Hier sind das der Berufsverband für Ökotrophologie, für Kommunikationsdesign, für Pflegeberufe, für soziale Arbeit, für Architektur und der VDI für Ingenieursberufe. Bei diesen Verbänden bekommen Sie in der Regel Infos und Beratung. Das ist hilfreich, wenn Sie Detailfragen haben zu speziellen Berufsfeldern oder wenn Sie einfach wissen wollen, wo Sie grundsätzlich mit Ihrem Studium alles hinpassen könnten. Die Beratung ist auch dann sehr nützlich, wenn Sie nicht in einem ganz klassischen Berufsfeld arbeiten möchten, sondern out of the box suchen. Das betrifft zum Beispiel häufig Studierende aus breit gefächerten Studiengängen wie Ökotrophologie oder soziale Arbeit oder BWL. Aber das kommt durchaus auch bei den technischen und gestalterischen Fächern vor. Viele solcher Branchenseiten haben aber auch Jobbörsen mit Stellenanzeigen, Karriere-Tipps und Infos zu Verdiensten und anderen Fragen. Beim Verband Deutscher Ingenieure zum Beispiel gibt es zwar kein Jobbord, aber dafür gibt es für Mitglieder eine gute Karriereberatung und kostenlose Tutorials. Hier sehen Sie Jobbörsen, Datenbanken und Netzwerke. Das ist eine winzige Auswahl aus den mehr als 1500 Jobbörsen im deutschsprachigen Raum. Weil es so viele gibt, gibt es sogar extra Suchmaschinen, um die richtige Jobbörse zu finden. Zum Beispiel das Jobbörsenverzeichnis. Das ist hier links oben im Kasten zu sehen. Darunter mittelstandskarriere.de für Jobs in KMU-Betrieben, also kleinen und mittleren Unternehmen. Darunter steht die BIS-Node-Firmen-Datenbank. Da muss man sich registrieren. Bislang geht das kostenlos und man kann gezielt nach bestimmten Kriterien ein Unternehmen suchen, zum Beispiel nach dem Portfolio. Dann stehen in der mittleren Spalte praktikum.de, absolventa.de oder trainee.de. Die erklären sich natürlich selbst, aber probieren Sie, ob die Ihnen nützen. Sehr große und professionelle Portale wie Stepstone haben eh so viele Filter, dass Sie dort Jobs für jede Situation finden. Übrigens bieten diese sehr großen Portale auch Tutorials an. Die sind teilweise wirklich gut und sie sind kostenlos. Aber bitte prüfen Sie mit gesundem Menschenverstand, ob Ihnen die Tipps plausibel erscheinen. Rechts auf der Folie sehen Sie noch die Netzwerke Xing und LinkedIn. Die können Sie auch zur Suche nach Jobs und Unternehmen und nach Kollegen nutzen. Aber vor allem sind die dafür da, dass Sie sich finden lassen. Dafür müssen Sie sich nur dort eine gute Seite anlegen. Und das ist ein eigenes Thema. Dafür finden Sie ein Tutorial auf der Website des Career Service. Ob diese Portale, also Xing und LinkedIn sinnvoll sind, ist je nach Beruf und Branche ziemlich unterschiedlich. Das müssen Sie probieren. Und zuletzt? Die Jobbörse der Agentur für Arbeit ist für viele auch eine ganz gute Adresse. Sie brauchen sich auch nicht extra arbeitssuchend zu melden. Sie können die Jobbörse einfach so nutzen. Allerdings kann es Vorteile haben, wenn Sie sich arbeitssuchend melden, auch wenn Sie kein Arbeitslosengeld beziehen. Sie können nämlich unter Umständen Kosten für die Bewerbungen erstattet bekommen. Erkundigen Sie sich danach einfach bei der Arbeitsagentur. Den Kontakt finden Sie auf der Website des Career Service unter dem Punkt Beratung. Ein kurzer Hinweis zu den Suchmaschinen. Die Suchmaschinen suchen unterschiedlich. Manche durchsuchen nur den Titel einer Anzeige, manche auch den Teaser und manche den Volltext. Deshalb wundern Sie sich nicht über unterschiedliche Ergebnisse bei denselben Suchbegriffen und filtern. Die letzten Jobbörsen und Unternehmen hier im Tutorial sind die regionalen und lokalen. Das sind Arbeitgeber, die nicht unbedingt auf den großen Portalen ausschreiben. Das sind zum Beispiel die Stadt, die Bezirksregierung, das Bistum und das können Sie natürlich auch auf jede andere Region oder Stadt übertragen. In der Mitte steht der LWL, also der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Das ist ein sehr großer Arbeitgeber mit einem großen Spektrum an möglichen Jobs. An all diesen Stellen werden nicht nur Verwaltungsjobs ausgeschrieben. Deshalb sind diese Adressen für alle Fachbereiche interessant. Denn auch zum Beispiel das Bistum oder die Stadt oder der LWL braucht Leute aus den technischen Fächern. Zum Beispiel eine Bauingenieurin oder einen Architekten- oder IT-Spezialisten oder jemanden für soziale Arbeit oder BWLer. Rechts stehen noch zwei regionale Portale für das Münsterland. Und die Presse sollten Sie auch berücksichtigen, wenn Sie regional suchen, also die ganz normale Tageszeitung. Da ist samstags ein Stellenmarkt drin. Auch das ist eigentlich überall in Deutschland so. Ein Wort noch zum Thema Datensicherheit. Sie können bei vielen Portalen direkt Ihren Lebenslauf und sogar Zeugnisse hochladen. Dazu möchte ich Ihnen nahelegen, dass Sie genau überlegen, ob das wirklich notwendig ist und wer davon am meisten profitiert und unter welchen Voraussetzungen das geschieht. Also zum Beispiel, wer betreibt die Seite? Diese Info ist im Impressum zu finden. Welchem Datenschutz unterliegt die Seite? Wer hat Zugriff auf die Daten, die Sie hochladen? Wie lange bleiben Sie gespeichert? Wann werden Sie gelöscht? Und ist das für Sie überhaupt transparent? In der Regel kann jemand, der an Ihnen interessiert ist, Sie ziemlich einfach kontaktieren. Deshalb ist es fraglich, ob das Hochladen von persönlichen Unterlagen in Portalen Sinn hat. Auch hier ist wichtig, behalten Sie die Kontrolle über die eigenen Belange. So viel zu den Jobsuchmaschinen. Sie haben aber noch mehr Möglichkeiten, einen Job zu suchen. Und zwar sehr gute. Und die schauen wir uns jetzt an. Eine wirklich sehr gute Möglichkeit zur Stellensuche sind Messen. Die FH veranstaltet in jedem Wintersemester mehrere Messen. Dafür gibt es auch einen Link auf der Career Service Seite. Das ist die Kachel hier wieder links im Bild. Und natürlich können Sie auch an anderen Hochschulen die Absolventenmessen besuchen und jede Menge andere das ganze Jahr über. Sie finden dazu viele Listen im Netz. Ich finde die von Stepstone hier in dem Kästchen in der Mitte sehr übersichtlich und kann die empfehlen. Wenn Sie eine Fachmesse besuchen möchten, können Sie dort natürlich auch nach Jobs suchen. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn Sie in einem sehr spezialisierten Berufsfeld suchen. Zu Fachmessen gibt es eine Übersicht auf auma.de. Das ist der Verband der deutschen Messewirtschaft, hier im Kästchen rechts. Auf Messen können Sie zum Beispiel nur schnuppern und die Stände der Unternehmen ansehen. Sie können die Jobbörse ansteuern und dort nach Anzeigen gucken. Und wenn Sie eine Anzeige interessiert, können Sie direkt am Stand ins Gespräch gehen. Aber auch ohne das kann ich Ihnen sehr empfehlen, ein paar unverbindliche Gespräche an den Ständen zu führen. Und zwar auch deshalb, weil Sie dann trainieren können, wie Sie sich gut und seriös vorstellen. Das ist besonders gut bei den Unternehmen, von denen Sie gar nichts wollen. Einfach nur zur Übung oder um sich warm zu reden, wenn Sie danach zu einer Firma gehen, wo Sie sich ernsthaft vorstellen möchten. Und bei manchen Messen können Sie im Vorfeld auch vier Augengespräche vereinbaren. Die Ausstellerliste steht in der Regel vorher online beim Veranstalter und wenn das Unternehmen eine Stelle auf seiner Homepage ausgeschrieben hat, könnten Sie sich schon vorab bewerben oder dort zumindest melden und einen Termin für den Messetag ausmachen. Oft gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Vorträgen. Da bekommen Sie teils gute Insider-Infos, die Sie sonst nirgendwo bekommen und Sie können die Referenten natürlich auch ansprechen. Wenn Sie also mit der Absicht auf die Messe gehen, dass Sie Gespräche führen möchten, bereiten Sie sich darauf vor. Dafür gibt es das Manual Kick-Off auf der Website des Careerservice zum Download. Sehr kostbar ist auch und vor allem Ihr persönliches Netzwerk, also Ihre Kontakte ersten Grades und die Kontakte zweiten Grades. Direkte Kontakte, also die ersten Grades, sind Ihre Profs und Dozenten und auch die Fachstudienberater an Ihrem Fachbereich, Ihre Kollegen und Ex-Kollegen, Freunde und Kommilitonen, Verwandte, Bekannte, Nachbarn und so weiter. Eine Person zählt dann zu Ihrem Netzwerk, wenn diese Person weiß, wer Sie sind. Im Zweifelsfall müssen Sie aktiv dafür sorgen und den Kontakt richtig pflegen. Kontakte zweiten Grades sind Kontakte Ihrer direkten Kontakte. Beide können Sie nutzen, um an Informationen und Tipps und Empfehlungen zu kommen und um sich selbst empfehlen zu lassen und schließlich um neue Kontakte zu knüpfen. Dafür sind auch die Netzwerke Xing und LinkedIn da. Nutzen Sie diese also aktiv, das kann sehr positive Effekte haben. Übrigens ist das auch im weiteren Verlauf Ihres Berufswegs sehr wichtig, dass Sie Ihr Netzwerk hegen und pflegen und immer weiter ausbauen, denn je weiter Ihr Berufsweg voranschreitet, desto eher kommen Sie über Ihre Kontakte an wichtige Infos. Und es werden, so sagt die Arbeitsmarktforschung, fast zwei Drittel der Jobs über Empfehlungen vergeben und nicht über Anzeigen. Wir kommen zu unserem letzten Thema, der Initiativbewerbung. Denn Sie können ein Unternehmen oder eine Person natürlich auch eigeninitiativ und direkt und ohne Empfehlung oder Vermittlung oder einen Anlass ansprechen. Das ist eine sehr aktive Strategie und das braucht etwas Vorbereitung. Vorab eine wichtige Info. Eine Initiativbewerbung ist etwas anderes als eine sogenannte Blindbewerbung. Eine Blindbewerbung ist ein massenhaftes Senden von Bewerbungen ohne individuelle Zielrichtung und ich rate davon ab, denn das macht Ihnen und anderen nur unnötige Arbeit und ist nur selten erfolgreich. Wenn Sie sich bei einem Unternehmen Initiativ bewerben möchten, müssen Sie erstens wissen, was Sie dort genau wollen. Also Sie müssen wieder Ihr Ziel festlegen. Und zweitens müssen Sie wissen, dass Ihre Bewerbung gewünscht ist. Eine Initiativbewerbung setzt Recherche und Kontakt voraus. Allerdings, manche Unternehmen schreiben schon auf ihre Homepage, dass sie sich initiativ bewerben können. Dann müssen Sie natürlich nicht vorher anrufen, es sei denn, Sie haben wirklich Fragen dazu. Für eine gute Initiativbewerbung müssen Sie also sich vorher Ihr Ziel klar machen, eine passende Firma recherchieren, anrufen und nachfragen, ob Sie sich bewerben dürfen. Wenn ja, fragen, an wen Sie die Bewerbung adressieren sollen. Dann können Sie die Bewerbung genau passend vorbereiten. Für die erste Kontaktaufnahme können Sie schon etwas tun, damit Sie am Telefon oder im persönlichen Gespräch einen aufgeräumten Eindruck machen. Sorgen Sie für einen ruhigen Raum. Sie müssen gut und ungestört reden und sprechen können. Üben Sie, wie Sie sich mit ein, zwei Sätzen vorstellen möchten und sagen, was Ihr Ziel ist. Legen Sie sich Ihren Lebenslauf und den aktuellen Notenspiegel zurecht, und zwar auf Papier, nicht im Rechner oder Tablet. Falls Sie direkt nach Details gefragt werden, erleiden Sie so keinen Blackout. Es kann nämlich vorkommen, dass Ihnen die simpelsten Dinge nicht mehr einfallen, wenn Sie etwas aufgeregt sind. Machen Sie sich beim Gespräch Notizen, vor allem darüber, was Sie gegebenenfalls vereinbart haben. Wenn Sie dann Ihre Unterlagen schicken dürfen, bereiten Sie diese schon vorher vor, da müssen Sie nur noch Details anpassen und können schnell alles schicken. Wie eine Bewerbung aussehen muss, sehen Sie im Tutorial dazu. Sie sehen, eine Initiativbewerbung ist aufwendig, aber auch sehr zielgerichtet. Sie hat den Vorteil, dass Sie eventuell gar keine anderen Mitbewerber zeitgleich haben. Fassen wir nochmal zusammen. Das sind die Schritte zu Ihrem Berufsziel. Sie haben Ihr Ziel oder Ihr Thema definiert. Sie haben Zwischenschritte skizziert und so eine logische Folge hergestellt. Sie wissen also, wie Sie steuern können, indem Sie Ihre Schritte bewusst wählen. Sie haben Ihre Suchbegriffe definiert, Quellen ausgewählt und eine Anzeige gefunden. Sie informieren sich gegebenenfalls beim Branchen- oder Berufsverband. Sie besuchen gegebenenfalls Messen und nutzen Ihr Netzwerk. Und Sie bereiten den ersten Kontakt gut vor, vor allem für Initiativbewerbungen. Dann können Sie Ihre Bewerbung schreiben. Wenn Sie diese Schritte durchlaufen haben, haben Sie hoffentlich bald eine passende Stellenanzeige oder eine Jobbeschreibung vor sich liegen. Und wie Sie diese genau analysieren und ein optimales Matching aufbauen als Grundlage für eine starke Bewerbung, ist das Thema des nächsten Tutorials in dieser Serie. Zum Schluss noch ein paar kurze Hinweise für Ihren Übergang in den Beruf. Die Stellensuche und die Bewerbungsphase kann eine ganze Weile dauern. Wenn Sie Ihr Studium schon abgeschlossen haben und noch nicht so schnell einen Job finden, bleiben Sie trotzdem aktiv und nutzen Sie die Angebote. Sie können auch nach der Exmatrikulation noch bis zum ersten Job teilnehmen am Pluspunktprogramm und das Pluspunktzertifikat machen. Das ist durchaus ein Nice-to-have für Ihre Bewerbung. Alle Infos finden Sie auf der Pluspunktseite. Die ist verlinkt auf der Website des Career Service. Mit Ihrer FH-Kennung können Sie außerdem über die Bibliothek zugreifen auf LinkedIn Learning. Da finden Sie jede Menge Tutorials. So können Sie sich auch Eigeninitiativ weiterbilden. Dann können Sie auch einen Nebenjob oder ein Ehrenamt ausüben, möglichst natürlich fachlich passend zu Ihrem Ziel. Es kann sich lohnen, einen Nebenjob zu wechseln, damit Sie Ihr Profil passend ausbauen. Pflegen Sie Ihre Kontakte und bleiben Sie am Ball, damit auch Ihre Lebensqualität nicht leidet. Wenn Sie aber nach einer Weile keinen Erfolg haben oder wenn Sie besondere Fragen haben und mal mit jemandem sprechen möchten, kommen Sie gern in die Beratung. Sie ist individuell, vertraulich und kostenlos. Das geht beim Career Service. Bei fachlichen Fragen geht das auch bei der Fachstudienberatung und bei der Arbeitsagentur. Infos, Links und Kontaktdaten zum Career Service finden Sie auf der Website. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihren Berufseinstieg.